Willkommen zurück zu South Park. Im Kampf in der Schule gegen die bösen Elfen wurden wir von Rotfuchs-Zombies überrascht. Oder Rotschopf-Zombies. Rotschopf-Nazi-Zombies oder wie auch immer. Ein deutscher Auslandsstudent. Glaub ich mal eher nicht. Nee, den hab ich nicht. Wasser aus. Jawohl! Ist nicht. Schönen Tag. Mein Gott! Jawohl! Jawohl! Anlegen wäre schlecht. Die haben ganz schön Saft und Traube. Ah, da brauche ich bestimmt... Kill die der Brüte dazu bestimmt. Zubestimmt. Sieg! Sieg! Gleich mal wieder zurück wechseln. Ohne Hindernisse können wir jetzt... Jetzt schnell! Boiler-Raum... Ich hoffe, wir werden nicht in Probleme mit dem... Ich hoffe, wir werden nicht in Probleme mit dem... Ich hoffe, dass das kommt und dann auch... Ich hoffe, wir werden nicht in Probleme mit dem... Ich hoffe, wir werden nicht in Probleme mit dem... Jetzt ist es angepisst. So, was auch immer das ist. Jetzt kriegt das gewaltig einer auf die Kuschen. Von Professor Chaos. Gegen irgendeinen Schleim. Kann man das betäuben? Ja, kann man betäuben. Super. Finde ich gut. Der hat keine Punkte mehr. Das regeneriert sich. Das ist kacke. Abwechslung blutet es. Was auch immer es ist. Es hat Blut. Das regeneriert sich trotzdem noch. Blutet mal 4. Super. Das kriegen wir klein. Blutet mal 5. Jetzt muss ich mich aber weilen. Was? Das Ding hat sich vervielfältigt. Machtdrank. Ist ja uncool. Was? Bude. Vor allem. Du bin. Was ist das? Es ist ja uncool. Was ist das? Ne? Was ist das? Soll ich mir doch lieber Hilfe holen? Oder versuche ich es weiter allein? Ich probiere es noch mal weiter allein. Wenn es zu knapp wird, dann... Du musst erst mal einen Gesundheitstrank nehmen. Ach nee, hast du ja jetzt schon was genommen. Gut, eins ist weg. Mit dem massiven Blutungsschaden kriegen wir das hin. Harter Kampf. Das Kind zieht sich die Energies rein. Den betäuben wir mal. Wir haben es gleich geschafft. Ich unterbreche mal ganz kurz. Da sind wir zurück. Ja, bei mir hat gerade jemand geklopft. Abgemenehm ist es unpassend. Und kann ich jetzt weitermachen. Tote Elfen. Huch, der Name ist aber ganz schön vergessen. Huch, der Name ist es. Du wirst du das. Oh, du wirst du das. Oh, du wirst du das. Oh. Das ist weg. We're breached! Battle Stations! Stay! Hey, douchebag! Let's see how you like some flaming dog shit! Look at! Son of a biscuit! I'm zeroed in! Fire in the hole! I can't hide, douchebag! Why are you doing this? Try not to say anything! They might hear you! There he is! We got plenty of dog shit, douchebag! Ah, here! Target locked! What? I never missed twice! Stand up! Stay still! Lock and load! Yeah, with halber Kraft bloß! Fand ich echt scheiße von dem! Hö! Den seine Rüstung kann er vergessen! Hoffentlich haben wir Glück! Nein! 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 Das seh ich jetzt nicht ein. Boah, ich hab echt noch keine Massenangriffe. Erneut angreifen. Sollte erst mal los die Rüstung runter. Ich brauche einen Machttrank. Und nun gibt's ihn auf den Zunder. Zwei mit einem Eben. Da war hier die Rüstung nicht ganz so scheiße. Da hast du es. Wir sind die glorreichen Sieger. Und nehmen alles mit. Halt die Fresse. Kannst du auch bloß rumkommandieren, Dicker. Mach wie wär's mal, wenn du was machst. Das ist, hurry, open die Tür. Before they know what's happened. Push forward. I must save my strength for the final battle. This is here, new kid. Wolfbrother, heed my call. Schwulhaut. 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 Lebensraum. Ist das ekelhaft. Oh, dass die Leute immer so ein scheiß Timing haben, ey. Nichts ist kleiner. Komm, dich hau ich um, Junge. Klingel des Waldläufers. Vergessen natürlich, Zeug zu ihm mitzunehmen und das geht ja gerade nicht. Drei gegen einen, ihr feigen Ratten. Deine Rüssi. Lach ich drüber. Was bekommen wir? Ah. Boah, Alter. Igitt. Auch wenn der blockt, da kriegst du immer wieder einen Haufen Schaden. Und das finde ich scheiße. Der ist fast down. Na Gott. Deine ganze Rüssi ist mir Wurst. Jetzt kriegst du nur eine vor den Helm und dann ist gut. Zu spät wie? Mach ich den da auch noch platt? Ach, der kontert. Gar nicht gesehen. Gut. Wenn der es den so haben will. Machtdrank. Batterus. Krieg dann Hammer vom Kopf. Das muss dir nicht leid tun. Das muss dir nicht leid tun. Diese Geräusche. Ja. Lächere Chance, Schildkid. Er hat nichts ohne dich. Geh weg von dem. Du wirst für das bezahlen. Die zwei schaffen den einen nicht. Also, Jungs, ich bin enttäuscht. Schneid dir bloß mal kurz was weg. Dann kannst du ruhig Fernsehen gucken gehen. Das ist mir egal. Ha, ha, ha. Jungchen. Butters, wenn ich bitten durfte? Danke. Level 10, yeah. Bill und Fossi. Schwul. Oh Mann. Voll schwul. Oh, 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 oh Haben sie von Cartman das Passwort gehackt? Ich werde ja bescheuert. Erst mal Kacken gehen. Bäh. Dummy. Iiiiihihi. Pfui. So. Kein Schrank bleibt ungeöffnet. Quiekt. Möckel Iru Perücke. Yeah. Ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschü tschü.